Willkommen zu einem Unboxing von mir und zwar habe ich mir gerade bei Saturn die Easy IHP 5000 gekauft. Ja, das sind Kopfhörer, aber ja, das ist hier schon ein bisschen gerissen. Ja, das ist typisch Saturn, aber naja, ich habe mir die auf jeden Fall bestellt, weil die die nicht mehr da hatten. Da musste ich erstmal eineinhalb Wochen warten und dann noch sowas hier. So, packen wir das Ganze mal aus. Hier ist es auch noch. So, dann erwartet uns das hier schon. So, sonst ist hier alles leer. Ja, dann haben wir hier einmal so eine Kurzeinleitung und dann, weil das hier die Seite, die offen ist oder war. Ja, sieht aber eigentlich noch gut aus. Und hier ist immer noch eine Folie drum. So, dann haben wir hier einmal noch ein 2 Meter langes Kabel. Ich schätze mal, das ist extra für den PC geeignet auch, wofür ich das auch nutzen möchte. Und ja, dann war es das Unboxing und danke fürs Zuschauen.